willkommen zum dropcast news podcast kalenderwoche 26 glaube ich ist es und zwar bin ich heute alleine wie ihr sehen und hören könnt julia ist leute leider familie eingeplant deswegen gibt es heute einige mehr news und wahrscheinlich auch nur sehr me centered news aber so ist das manchmal und julia wird ja bestimmt was in den kommentaren sagen wenn ihr was auf der seele brennen würde und zwar erste film news die ich euch mitgebracht habe ist von margot robbie die eine neue pirates of the caribbean serie starten wird und der hauptrolle und das ganze wird in partnerschaft mit christina hodson gemacht die birds of prey schon geschrieben hat und da erkennt die sich ja ganz gut und ja diese dieses halt kein ist eine art reboot könnte man sagen aber es gibt ja noch ein weiteres von den chernobyl creator craig mason und den ted elliot der schon lange lange für pirates of caribbean geschrieben hat und die machen noch eine separate serie und diese margot robbie serie wird auf jeden fall sehr female centered sein und ja wie gesagt da in dieser welt spielen wie es halt so ist und ich bin gespannt was daraus wird aber ich muss sagen ein bisschen war robbie fällt in diese hoffentlich nicht in diese johnny depp rollen sag ich mal sozusagen der ist ja ein bisschen manchmal ein bisschen wie etwas das angeht gut in weiteren film news habe ich für euch mitgebracht und zwar was ganz besonders und zwar von kibi 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 die haben auf jeden fall für für uns alle von jason brightman der ja auch den ghostbusters film macht haben die eine the queen's the princess brite i'm sorry princess brite version gemacht mit leuten außer die jetzt durch corona zu hause sitzen also schauspieler bekannte schauspieler die dann sehr cool diesen film nachstellen in einzelnen szenen und da gibt es halt von sam rockwell und leslie bibb die einen im echten leben zusammen sind die drehen dann natürlich romance scenes dann haben wir sophie turner und joe jonas jack black und diego luna carmen ist dabei wie ihr sehen könnt und vieles vieles mehr und new jackman zum beispiel josh gatt sophie turner ist dabei tiffany haddish keegan michael key david aolo jennifer garner taiko by titty und 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 also richtig richtig viel ich bin echt gespannt das sieht auf jeden fall super witzig aus und princess bride super viel gut film deswegen gucke ich es an in den show notes habe ich ein paar trailer reingepackt oder beziehungsweise paar ausschnitte die von vanity fair gezeigt wurden und das ist schon unglaublich cool und das glaube ich heute am sonntag kommt es raus auf kiwi also wer es immer noch nicht hat es gibt glaube ich immer noch diese 90 tage trial period also check die einfach aus es lohnt sich definitiv an dieser stelle da mal rein zu gucken so weiter geht's mit weiteren film news und zwar yes god yes das ist ein film der aggrape south west starten oder gestartet ist oder sollte dieses jahr ist ja nicht hat ja nicht stattgefunden und der kommt am 24 juli in die kinos und beziehungsweise in die kinos ist übertrieben weil in kinos haben wir wahrscheinlich noch nicht so viele auf und ich glaube im deutschen vertrieb hat der film noch nicht aber der trailer der ist in den show notes auch und den zeige ich auch gerade ich im video der da geht es darum um eine meine high school studentin die von natalie dyer gespielt wird die aus strange things bekannt sein sollte und die hat das ganze also beziehungsweise hat so ein bisschen probleme mit beziehungsweise entdeckt halt ihre lust sage ich meine lust auf sich selbst in diesem falle und das führt dazu weil sie natürlich sehr katholisch ist führt dazu dass sie zu einem camp geht wo sie versucht natürlich wieder irgendwie mit jesus im einklang zu sein oder gott allgemein und das ist halt eine ganz coole ganz coole prämisse und es hat so ein bisschen bisschen satire comedy der trailer sieht sehr gut aus auch sehr amüsant ich bin echt gespannt auf diesen film wie gesagt 24 juli kommt das ding raus als video on demand und ab 28 juli dann digital auf verschiedensten plattformen auch zu bekommen checkt es aus der trailer wie gesagt in den film show notes meine ich und es lohnt sich definitiv glaube ich diesen film zu gucken und der ist für alle was weiter geht es mit was coole glaube ich für die fans für den für für sherlock holmes fans unter euch und zwar enola holmes wer das schon mal gehört hat ich kann es vorher nicht es basiert auf einem buch das heißt die enola holmes mysteries bei nancy springer und da geht es darum dass millie bobby brown enola holmes spielt und das ist die schwester von den holmes brüdern also mycroft holmes und sherlock holmes und die werden von keinem geringeren als sherlock holmes wird hier verkörpert von henry cavill und sam cleflin den ich vorher glaube ich also ich kannte ich also ich kannte die film wo er mitgemacht hat sein gesicht auch schon aber glaube ich nicht ganz so bekannt wie henry cavill aber der ist trotzdem auch ein sehr guter schauspieler in den sachen wo ich ihn gesehen habe habe ich ihn sehr gemocht und der spielt mycroft holmes es sieht sehr interessant aus weil millie bobby brown ja durch strangest things ja bekannt geworden ist und da auch eine gute leistung erbracht hat und sie hat hier in mehreren szenen die man von netflix schon sehen kann also netflix hat das ganze rausgebracht oder will das rausbringen und es sieht auf jeden fall sehr sehr cool aus im september gibt noch kein genaustattung aber september soll es voraus kommen und ich bin gespannt auf diese andere perspektive der homeseite und wie soll das jetzt eine fiktive also eine neue hinzu gebrachte fiktive person in diesem universum und ja warum warum nicht auf jeden fall zum asskicking wird es wahrscheinlich geben in weiteren news wer etwas älter ist wird diese news vielleicht lieben erinnert ihr euch nicht bis 97 war es da kam twister raus twister ich stehe ja so auf katastrophenfilme eigentlich auch wenn sie manchmal super schlecht sind super cheesy sind und twister ist auch als nicht der beste film der welt aber es war der glaube ich der so der disaster film oder katastrophenfilm der damaligen zeit und mit bill paxton und helen hunt in der hauptrolle und das ganze ding wird jetzt gerebootet beziehungsweise die frage ist ob es ein wirklich reboot wird oder ein remake wird da bin ich mal gespannt weil der top gun schreiber josef kosinski also für top gun maverick den neuen teil der wird diesen film wohl machen wollen für universal und ich bin echt gespannt weil wie gesagt katastrophenfilme ich stehe voll drauf und vor allen dingen jetzt mit cg mit verbesserter cgi-technik und sonstigen sachen um krasse tornados beziehungsweise twister zu zeigen könnte glaube ich sehr cool werden ich hoffe es wird kein geostorm wie gesagt ich liebe katastrophenfilme aber das war schon sehr sehr grenzwertig von daher mal gucken ich bin gespannt auf jeden fall was dieser film dann irgendwann mal bringen kann wenn das dann mal in die produktion geht dann gibt es einen weiteren neuen film und zwar waiting for the barbarians hat ich hoffe ihr habt schon mal davon gehört beziehungsweise der ist da gibt es einen trailer jetzt seit ein paar tagen und den habe ich auch wie gesagt in die show notes gepackt und der läuft auch nebenbei da geht es um also meine eine von eine eine story von einer novelle die adaptiert wurde von kozzi jm kozzi heißt der mann die also 1980 rausgekommen ist und daher geht es so in die richtung beziehungsweise da kozzi halt aus südafrika kommt spielt das so geht es um apartheid und um völker und kolonialismus beziehungsweise besatzungs oder besetzung in dem sinne des eines landes oder landesteiles und das hört sich alles wirklich sehr interessant an und ich habe vor ein bisschen über johnny depp schon gemeckert aber es sieht nach einer sehr interessanten rolle aus für johnny depp denn in der nebenrolle ist auch noch robert pattinson der intendet auch demnächst an den start gehen wird und das hört sich alles sehr sehr gut an und der trailer sieht auch sehr fantastisch aus ich bin wirklich gespannt was da wie das umgesetzt wird und der kolumbianische filmmacher chiro oder siro guerra der hat embrace the serpent gemacht und hat da glaube ich hat er den oscar dafür gewonnen oder beziehungsweise war nominiert ich glaube ja vor ich lass mich lügen drei vier jahren war das unglaublich guter film auf jeden fall der ich glaube ich in schwarz weiß die ganze zeit kann schwarz weiß was glaube ich im dschungel gespielt und der macht jetzt sein english language debüt und es sieht wirklich sehr sehr gut aus ich habe bock auf diesen film ich glaube es genau gibt wird auch auf video und demand released am 7 august also wie gesagt bei den kritikern wurde der wahrscheinlich schon gesehen also nicht mehr so lange es warten checkt den trailer aus sieht sehr cool aus und an einer interessanten story und auch schauspielerisch von robert pattinson und johnny depp wirklich sehr interessant gemacht es lohnt sich weiter geht es dann mit einer sehr guten nachricht die glaube ich euch allen gefallen wird und zwar hamilton hat ein paar neue clips bekommen von disney plus ich habe es auch mal eingeblendet den einen aber natürlich ohne sound the room where it happens ist der erste clip und dann gibt es noch einen zweiten der sich um alexander hamilton dreht halt der von lin manuel miranda auch gespielt wird und das ist schon mal sehr sehr geil weil ich habe sehr bock auf dieses musical und ich glaube es kommt auch schon am dreh genau am dritten juli also nächste woche freitag ist da kommt das ding raus checkt es unbedingt aus es lohnt sich definitiv wie gesagt es ist nicht umsonst das musical der letzten jahre was so genial performt wurde und wie gesagt wer die chance hat das schon zu sehen weiß glaube ich wie gut es ist und jetzt hier nochmal in einer sehr sehr sag ich mal hochkarätig besetzten variante freue ich mich echt auf dieses musical wenn es dann nächste woche rauskommt bei disney plus dann eine weitere news wir hatten schon mal berichtet vor einiger zeit von von brave new world das ist ja der eine neue serie weil es sind wir bei den serien news entschuldigung an dieser stelle bei den über die neue serie die bei peacock rauskommt das ist ja der streaming service von nbc und nbc hat wie gesagt jetzt den ersten trailer nicht auch wieder nicht schon uns gepackt habe und zeige released für diese serie mit aldis von alice huxley's buch brave new world natürlich abstammt und wir haben eldon aaron reich in der hauptrolle und demi moore ist mit drin zum beispiel noch und das hört sich alles sehr sehr interessant an was diese was sie sehr zu bieten hat und man könnte so ein bisschen sagen oder beziehungsweise es sieht sehr 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 wirklich sehr futuristisch aus und hat auch ein sehr interessanten interessantes feeling dazu und das ganze kommt am 15 juli auch schon raus da wird da ist die weltpremiere und wie gesagt über diese peacock website zu erhalten ich bin sehr gespannt wie das ganze umgesetzt wurde weil es ja wirklich eine classic novel ist die ich auch in meiner schulzeit gelesen habe und auch da wirklich sehr spaß gemacht hat und interessante aspekte dort beleuchtet werden also checkt es aus 15 juli nicht mehr so lange hin checkt den trailer aus ob es euch gefällt ich glaube da kann man nicht viel falsch machen bei dieser ganzen sache weiterhin wird eine weitere serie adaptiert und zwar disco elysium wer hat ich hoffe das hat irgendwer vielleicht hat irgendwer schon mal gehört weil das ist ein sehr oder sehr award winning game was auf einer auf einer buchreihe beziehungsweise nicht buchreihe in dem sinne sondern eher von einer novelle oder von einer novelle inspiriert ist oder dieser welt zumindest und zwar von robert kurwitz 2013 novelle sacred and terrible air da ist es sehr sehr futuristisch alles und hat auch so ein bisschen den last of us vibe und dass er auch als serie adaptiert wird gerade und jetzt soll das spiel also spiels genau soll als tv version umgesetzt werden die die prämisse hört sich auf jeden fall sehr interessant an in dieser dystopian world und ja auch die 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 charaktere es geht ja darum dass halt zwei detektive ich glaube es sind detektive so eine art die da ein ein mord aufklären müssen und in dieser unrealen welt beziehungsweise sehr verrückten welt das ganze dort lösen müssen und da habe ich echt gespannt wie das eingebaut wird wie diese wie diese welt dann aussehen wird diese umsetzung des ganzen und vor allem auch ob es da natürlich spielgerecht wird weil ich denke mal hbo macht ja wie gesagt last the last of us und auf hbo kann man sich ja relativ gut verlassen dass es was gutes sein könnte und das vielleicht sogar dann the last of us serie vielleicht die beste spieleverfilmung wird aber das muss man ja auch sagen dank des spiels ist es ja nachher das narrativ dort ist ja sehr 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 gelungen ich weiß leider nicht zum zweiten teil ich habe nur mal mir den ersten teil angeguckt in dem sinne also was die cinematic story line betrifft und diskolisium wie gesagt wurde auch für mehrere ähm awards oder wurde mehrere awards ausgezeigt vor allen dingen für die für das narrativ und ich bin echt gespannt ob das sehr cool oder genauso cool umgesetzt werden kann und auch eine chance hat einiges zu gewinnen dann habe ich noch für euch mitgebracht frozen 2 heading into the unknown beziehungsweise into the unknown ist der ähm auch der titelsong und so weiter und so fort und jetzt gibt es auf disney plus eine dokumentarserie die sich um frozen 2 dreht und wie das ganze gemacht wurde also so ein bisschen ähm so ein blick hinter die kulissen und auch die ideen und so weiter und so fort und das ist wirklich äh sehr gut gemalt ich habe die erste folge schon geguckt es sieht sehr 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 gut aus und für alle für alle frozen fans ein must watch also äh julia es geht an dich guck dir das an es lohnt sich definitiv und genauso natürlich äh wie die star wars serie hier äh hier wie ist hier nochmal galleries und dann geht es ja um the mandalorian halt ne also auch die die doku variante behind the scenes variante die wirklich wirklich sehr interessant ist und ähm ich empfehle jeden da rein zu gucken ähm es lohnt sich Brooklyn Nine-Nine ich hoffe da gibt es einige fans da draußen und äh zwar soll ja also diese Staffel ist ja fertig jetzt kommt dann irgendwann mal die achte Staffel und da kann man schon sagen es sind es sind schon die ersten vier Episoden geschrieben worden was natürlich sich sehr gut anhört äh und Dan Gore der 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 Showrunner des Ganzen der das ja schon auch seit Tag 1 macht hat ja schon für einiges gesorgt hat ja schon für einiges gesorgt aber ähm auch in Verbindung mit Terry Crews ähm und der aktuellen äh der aktuellen äh Situation in den USA in 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 Sachen Polisbrutalität äh Polizei Brutalität äh Polizei Brutalität und äh Black Lives Matter Movement ähm haben die äh Schreiber beziehungsweise auch die Schauspieler ähm ähm für mehr äh Partizipation würde ich sagen ähm ähm oder haben das mehr gefordert und diese ganze Sache wird jetzt oder die vier Folgen wurden jetzt über den Haufen geworfen und haben äh bekommen jetzt eine neuen also ein wird in eine neue Richtung geschrieben so dass es halt natürlich mehr an diese aktuelle Situation und beziehungsweise auch mehr ähm sag ich mal Sorgfalt annimmt was das Ganze angeht und da bin ich wirklich gespannt äh wie das umgesetzt werden konnte weil sie haben es teilweise schon in einigen Episoden versucht aber es war wirklich sehr ähm ähm sehr low key und wenn das jetzt mehr wirklich oder beziehungsweise auch informativer äh und äh interessanter wird so wie in Richtung Black-ish zum Beispiel bin ich da natürlich voll dafür äh weiter im Thema von äh People of Color und Black Lives Matter das dreht sich jetzt alles um die Simpsons in dem Fall und zwar die Simpsons haben ja schon äh Apu äh damals raus beziehungsweise rausgeschrieben ähm und Henk Azaria äh äh Azaria äh der ja ähm ähm äh 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 der ja ähm ähm äh 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 der ja ähm äh 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 Und das wurde jetzt endlich mal auch von den Simpsons erkannt, dass es nicht klar geht. Und da wurde ja schon über Jahre lang immer gemeckert, immer wieder gemeckert, dass die SprecherInnen, die halt nicht People of Color sind, dass die halt solche Jobs übernehmen. Und das ist halt eine gute Sache, dass jetzt endlich mal Simpsons klarkommt und das anwendet. Und jetzt wäre es für mich natürlich auch interessant, weil in Deutschland gibt es ja halt auch eine sehr gute Sprechkultur, sag ich mal, also im Dubbing-Bereich. Und da sollte natürlich das Gleiche geschehen, meiner Meinung nach. Und deswegen ist die Frage, wird das gemacht? Also ich kenne einige SynchronsprecherInnen und die werde ich mal fragen, ob da, beziehungsweise ob man da irgendwie drauf aufmerksam machen könnte. Und im gleichen Zusammenhang haben Jenny Slade und Kristen Bell gesagt, dass sie für Big Mouth und Central Park, der neuen Apple TV Plus Serie, die auch wirklich sehr gut ist, kann ich empfehlen, haben gesagt, dass sie auch keine Biracial Character mehr sprechen werden. Und das ist halt auch gut so, in der gleichen Sache wie bei den Simpsons. Und da bin ich auch gespannt, wie sowas in anderen Ländern umgesetzt werden kann. Und ich versuche da ein bisschen was rauszukriegen in den nächsten Tagen. Und vielleicht kann ich euch nächstes Wochenende schon darüber informieren. Ja, The Boys Are Back. Jeder weiß, glaube ich, was damit anzufangen, was das bedeutet. Und zwar The Boys Season 2. Es gibt jetzt von Amazon einen kleinen First Clip, der Stormfront einführt sozusagen, als die neue Superheldin von The Seven. Und es trifft genau wieder, finde ich, den Zahn der Zeit. Und es trifft auch dieses ganze Thema der Superheldenfilme und Publicity und Marketing und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr cool. Und ich habe richtig Bock auf die zweite Staffel, weil die erste Staffel war sehr genial. Und von daher kann ich es jedem noch ans Herz legen. Wer es noch nicht geguckt hat, guckt euch das bitte an und dann den Trailer zur zweiten Staffel. Und freut euch, weil es ist gar nicht mehr so lange. 4. September wird die zweite Staffel rauskommen. Und dann natürlich Woche für Woche. Was heißt, wir haben natürlich viel länger was von dieser Serie. Dann habe ich für euch noch mitgebracht eine kleine News im Bereich Lord & Miller. Lord & Miller sind ja die Regisseure für Lord & Chris Miller. Die sind ja sehr bekannt für kontroverse Sachen und waren ja auch zum Beispiel bei Solo engagiert und dann durften sie nicht mehr weitermachen. Creative Differences und so weiter und so fort. Und jetzt hat Apple sie engagiert und sie musste nicht mal den Piloten für eine Serie drehen. Und zwar The After Party. Die wurden gleich gesagt, komm, wir machen eine ganze Staffel draus. Und da geht es um The After Party, um eine After Party, einer High School Reunion. Und da geht es natürlich darum, dass jede einzelne Episode, das sind acht Stück, einen anderen Aspekt der Nacht zeigt. Und das hört sich wirklich sehr interessant an. Muss natürlich gut geschrieben sein, sonst macht es natürlich keinen Sinn. Und es geht um einen Mordfall. Und das ist nämlich eine Murder Mystery Comedy. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil Lord & Miller sind eigentlich immer gut für coole, coole Comedy-Sachen. Siehe Lego, The Lego Movie oder ähnlichem. Oder hier 21 Jump Street, also dem Film-Remake mit Channing Tatum und Jonah Hill. Großartige Sachen. Es, glaube ich, lohnt sich da rauf zu warten und da reinzugucken. Also stay tuned, wenn es da den ersten Trailer gibt, haben wir ihn für euch dabei. Dann Cyberpunk 2077. Haben schon mal einige bestimmt von euch gehört, weil das ja Keanu Reeves mit drin hat, also im Spiel selbst. Und jetzt wurde nämlich announced, dass Netflix eine, also Cyberpunk-Edge-Runner soll das Ganze heißen. Und da soll das wohl, aber dauert noch ein bisschen, 2022 eine 10-episodige Serie geben, welche die ganze, also diese ganze Cyberpunk-Film, beziehungsweise Gamesache, so ein bisschen verbinden soll. Und es hört sich alles ein bisschen an wie Akira oder die Storyline von Akira. Und ich bin da wirklich sehr, Entschuldigung, ich soll nicht die Story verbinden, beziehungsweise es ist unconnected zu dieser Story mein Fehler. Und es ändert mich sehr an diese Akira-Sache, was, oder beziehungsweise sieht der Akira-esk aus. Und das ist natürlich eine gute Sache, weil Akira ist einer meiner Lieblings-Anime-Filme. Und dieses Spiel sieht auch wirklich super aus. Ich bin wirklich gespannt, wie so eine Anime-Serie umgesetzt werden kann. Wir haben ja schon gesehen bei Altered Carbon, die haben ja auch den Anime dazu. Das war, glaube ich, ein Film. Und den fand ich echt wirklich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Serie zu gucken. Und ich fand es sogar besser als die dritte Staffel. War, glaube ich, die dritte Staffel, oder war es die zweite? Ich glaube, die dritte. Also, checkt das aus. Und wenn es dann irgendwann so weit ist, wie gesagt, wir werden natürlich davon berichten, news-technisch, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. So, und als Letztes habe ich natürlich noch was Entspanntes für euch oder Verschiedenes. Und zwar, Tendit wurde verschoben für Mk9. Habe ich gar nicht berichtet. Das wurde jetzt auf August verschoben irgendwann. Und Mulan wurde auch noch nach hinten verschoben. Alles nicht so geile News. Aber in Berlin machen bald die Kinos auf. Und da gibt es natürlich auch ein paar coole Sachen dazu demnächst. Da kann ich hoffentlich nächstes Wochenende schon mehr sagen. Also, schaltet ein auf jeden Fall. Und guckt euch das an, was in Berlin geht. Weil der Großteil der Leute sind ja Berliner, glaube ich, die hier zuhören und zugucken. Aber natürlich auch in anderen Bundesländern gibt es ja schon natürlich das Kino wieder. Also, werden sich die Berliner natürlich freuen, wenn es endlich hier losgeht. Aber, weiter unter Verschiedenes habe ich euch noch mitgebracht. Und zwar ein kleines Video von Variety. Und die haben so eine Serie, die nennt sich Actors on Actors. Und da müssen sie jetzt nach Hause in der Pandemic machen. Und zwar haben sie eingeladen Paul Rudd und Chris Evans, die ja beide unglaublich coole Menschen sind und viel Spaß machen. Deswegen, checkt das aus. Es lohnt sich, glaube ich, da einzuschalten und ein bisschen zu gucken, wie die beiden hin und her reden. Und die sind ja auch, also wie sie abseits reden, natürlich auch wahrscheinlich über ihre Marvel-Projekte und dann natürlich aber auch über ihre Serienprojekte, wie Defending Jacob auf Apple TV von Chris Evans und Living With Yourself. Das war auf Netflix, glaube ich. Genau, die Paul Rudd-Serie, die fand ich auch sehr gut. Und ist ein sehr angenehmer Talk. Einfach zum Nebenbei daten lassen, ein bisschen zuhören, ein bisschen lachen, weil es bringt Freude, wenn man die beiden so ansieht. Ja, und wie gesagt, ihr habt ja schon ein paar Empfehlungen bekommen für die nächste Woche und die für diese Woche beziehungsweise für dieses Wochenende habe ich für euch als Empfehlung Dark natürlich, weil es muss natürlich weitergucken werden, dritte Staffel ist da, also checkt's aus. Ich bin ein bisschen mehr als die Hälfte durch, werde es heute, glaube ich, noch beenden. Und ja, das ist meine definitive Empfehlung, sonst gab es, glaube ich, gab es nicht so viel Neues. Ich habe noch, was habe ich noch, Donnerstag kam noch irgendwas raus? Ah, The Floor is Lava kann ich noch empfehlen. Ich weiß gar nicht, das kam schon letzte Woche raus, glaube ich, aber The Floor is Lava fand ich super gut und es ist halt richtig, also man kann es gut nebenbei gucken. Ich muss sagen, in letzter Zeit stehe ich so ein bisschen auf so diese Game Shows in diesem Format. The Floor is Lava ist ja, da werden keine Daten eingeladen und die müssen dann so überhinden und das soll hüpfen bis zum Ende und dann spielen die halt gegeneinander so in Teams immer. und ich habe auch Titan Games geguckt und ich habe so eine Show, so eine amerikanische, die gibt es leider noch nirgendwo auf Netflix oder irgendwas, aber Ultimate Tag heißt die super gut. Es ist halt super sinnlos, die Spielen fange. Ich finde es gut, mir gefällt es. So die Sachen sind immer sehr witzig und auch ein bisschen entspannt. Also checkt die Sachen aus, die ich gerade euch ein bisschen empfohlen habe. Ich glaube, es lohnt sich, da mal reinzugucken und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder mit Julia hoffentlich. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken und bye! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.